Wo ist mein Baby? Sie haben das FBI hingehalten, um einen Deal für sich auszuhandeln. Und sieben Agents wurden getötet. Die Bedingungen dieser Konversation bestimmen jetzt wir. Adrian Lovell und Hector Alvarez sind immer noch da draußen. Wir wissen beide. Sie können ihr Kind nur schützen, wenn sie von der Bildfläche verschwinden. Und wenn ich es nicht tue? Die werden sie finden. Sie beide. Wirst du wieder abtauchen? Du bringst sie zu guten Menschen. Sorgst für ihre Sicherheit. Wenn es Ärger gibt, will ich es wissen. Du musst gewusst haben, dass ich dich finde. Es ist kein Geheimnis mehr. Was wollen die? Rache. Durch sie wollen sie an mich rankommen. Donista La Niña! Lauf! Wie ist dein Plan? Sie braucht jetzt Schutz. Wer bist du? Ab jetzt machst du alles, was ich sage. Du fährst. Ich bin zwölf. Gehen wir. Ich hasse es hier. Ich will nach Hause. Erst wenn du weißt, wie man überlebt. Mit allem, was dazugehört. Du machst mir Angst. Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, habe ich Angst. Zieh dir den Schlamassel an. Diesmal wirst du nicht entkommen. Du musstest ja unsere ganze Welt niederbrennen. Für sie? Ja. Ich bin eine Killerin. Aber ich bin auch eine Mutter. Und ich gebe mein Leben, um sie zu beschützen. Ich bin eine Godfrau.